Ich habe das weiße Hemd und er hat das blaue Hemd. Wir haben aber beide die Arme hochgekrempelt. Seine Partei ist Pink, meine Partei ist, ich glaube, Turkis momentan. Ja, natürlich prägt es, hier aufzuwachsen. Ich denke, wenn man in einem Tal als Parkbauern, wo er aufwächst, dann ist man einerseits gewöhnt anzupacken. Man ist schon gewöhnt, dass man sagt, wenn einem etwas nicht passt. Man ist ein Stück weit von sehr früh her gewöhnt, selber Verantwortung zu übernehmen, selber zu gestalten. Was die politische Orientierung betrifft, rein rechnerisch ist jeder zweite Schwarzer. Wir haben ein gesundes Kleingewerbe mit Tischlereien, mit Elektrik. Tourismus ist bei uns natürlich eine Rolle mit Hotels und Gasthäusern. Wir haben eine Landwirtschaft, wo wir sehr froh sind, die unsere Landschaft schlussendlich zu dem macht, was es ist. Aber wir haben noch natürlich ein Vielzahl von Leuten, die auspendeln. Das ist bei uns nach Blutens. Das sind zehn Minuten, das geht gut. Also wir sind ja eigentlich den gleichen Weg gegangen. Der Matthias hatte nur eine kleine Abzweigung genommen. Ich denke, die Wege laufen nach wie vor sehr nahe aneinander. Man ist immer noch in Blickweite. Ja, in der Familie macht es nichts. Ich denke, eine Partei soll eine Familie nicht entzweien. Die Familie soll über dem stehen. Und ja, was den Matthias und mich betrifft, ich glaube, persönlich hat es uns sogar näher zusammengebracht. Wir reden nicht nur über Weihnachtsgeschenke, sondern auch sehr viel über Politik. Was die Parallelen zwischen uns zwei als Personen sind, glaube ich, wir wollen beide gestalten. Der Matthias macht jetzt das von oberhalb herunter. Ich versuche es eher von unterhalb herauf über die Leute. Der Matthias macht es über Wien, ich mache es über die Leute. Aber das ist jetzt gar nicht wartend. Ich denke, wir sind beide in die Politik gegangen, um etwas zu verändern, um etwas zu gestalten. Wir machen das nicht ganz auf demselben Weg. Aber das Ziel ist dasselbe.